vielen dank wieder fürs zuschauen ich weiß auch wenn auf dem kanal nicht viele zu gucken oder auch die videos freut mich auf jeden einzelnen herzlichen dank dafür wir starten heute mit lady filner wieder auf streife fib in diesem sinne es geht los aspektor schönes outfit ich bin immer schön das wollte ich damit sagen alles gut dachte ich verblüte schon hier nein nein alles gut der wissen können sich an was erinnern ja ich kann nicht wissen wie der heißt oder so da ging es ein bisschen zu schnell ok gibt es irgendwelche zeugen mein kollege hier der hat das bestimmt gesehen ja aber die ähneln sich alles war auf jeden fall jemand mit dem tschüss auch eine vorwarnung aber nicht die zwei die hier im auto steigen da ich kann es ihnen nicht sagen ich kann die nicht auseinanderhalten leider so nein die zwei waren es nicht ich war lieb ok alles klar wenn wir keine täter haben können wir leider nichts machen leider heute keine kamera dabei schade schade sehr schade sehr sehr schade na gut dann würde ich mal sagen wünsche ihnen einen schönen tag noch dankeschön tschüss ich habe zwar nicht gesehen wohin es geht aber ich habe viele gebraucht habt hilfe für ein auto abend prospektor der kriegt mord den weiß und jetzt jetzt wird's wild jetzt geht die action los so wo bude ups ich glaube die sind weg wir können direkt aufs anwesend rauffahren da müssen wir nicht die treppen darunter rennen wie gesagt wenn ihr auf der ecke seid sagt bescheid ich fahr von unten an die schießen ja rettet ihr alle oben rettet ihr alle oben oben auf dem hügel muss auch noch einer eine heavy sniper wer ist eben hier angefahren und fährt jetzt ein anderes auto ich danke aber mit dem anderen fahr ich nicht mehr und scheiße lauf ich jetzt mal mit den anderen fahrer der kann das ja der kann mich auch schneller einpacken wie der rest perfekt läuft komm komm fahr mal mit einer noch mit bitte hallo aber sie wollen jetzt nicht über den berg fahren oder mit dem fisk war perfekt erfüllen da kannst du crossback mitnehmen 10-4 sie haben ja nicht nur freunde hier stell dich grad fest oder da also junger verpist ich der einzige konto da 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 das mal durchgehen welcher ahaha hier da ist doch jemand da ist doch jemand da ist doch jemand bei dem rein ja wo estab so was für eine größe hast du äh äh s okay das kriegen ja das kann man ihnen irgendwie weiterhelfen was kann man ihnen irgendwie weiterhelfen jetzt sieht sie mal ihre maske ab stehen bleiben oder ich schieße so dann einmal die maske ab ja einmal stehen bleiben oder herr sie sind einmal festgenommen sie sind festgenommen sie werden schon wieder gesucht falls irgendwer was sagt ich kann nicht da da ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe das ist die eine von Kaya und von der Spore Spectre ist das der ja wieder Agent lags gerade am Boden oder wie? Ich nicht, ich nicht Wer dann? Der Herr Kaya Oh Mann Agent, alles gut bei Ihnen Ja, ja, bei mir ist alles gut bei Ihnen auch Ich hatte den so oft getroffen Ich habe dem Revolverschuss im Kopf gegeben Guten Abend, die Dame Guten Abend Oh, Bruder Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie, hören Sie mich auch? Ja Hat das gerade Besprechung oder wie? Ich glaube, ja Achso, okay Ah, jetzt kommen alle wieder Ich glaube, ich wollte gerade sagen, jetzt kommen Sie alle wieder So, dann dürfen Sie doch vor, Sie warten hier schon länger, oder? Nee, nee, gehen Sie ruhig, ich warte nur auf einen Kollegen von mir Achso, alles klar, dann noch einen schönen Abend Bleiben Sie schön anständig, ne? Danke Ihnen so Also Leute, als allererstes, damit wir vielleicht ne ganz so schreien müssen Macht, bildet mal bitte ein U um uns, ja, ja? Ja, bitte? Okay Hört mich jeder? Jawohl Jawohl Nee, Herr Wohl, weil die haben das eigentlich noch nicht gemacht Ja Vom Süden aus warten und dann dementsprechend mobil die Gangs von hinten wegschöparen, sozusagen Gut, Nord Team fährt jetzt los Ey, nicht Würfelpacker reinschießen, nicht Würfelpackerpacker reinschießen, wenn die liegen, sofort wieder ins Auto rein, wir fahren da weiter Äh, mein Punkt wieder einsteigen, nicht weiter Pusht nicht so weit vor, das ist nicht unser Gebiet Wenn es im Zweifel wieder zurück zu den Autos Gut, wenn die Bank gepusht wird und das PD und das SAP schon liegt, dann müssen wir wieder rein Ja, positiv Weil, komm, äh, wäre nett Ach, das ist, komm ich drauf Darf ich noch nachkommen? Ich habe beide verschmerzen Positiv Wie machen wir es? Also, in der Bank ist jetzt nichts los, oder wie? Ja, wie gesagt, die Maras nur, die haben heute nicht überlebt Ähm, beim nächsten Mal bitte wieder einschalten Hat mir Spaß gemacht, wirklich Und, küsst eure Herzen Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao